Und das ist der Startzeit. An drei, Fosco-Santi, in Gelbesitz, vor der ganzen Schwarz, der Schweizermeister Karim Hussein. Beide vom LCC. Und beide bereits klar voraus. Karim Hussein, 361, wie sehen Sie die persönliche Bestreiche? Applaus von einem Super-Rennen vom Schweizermeister, die wir mit dem Rücken, Karim Hussein. Er läuft bei der Bundeszeit, 363, das ist neu.